Etwa 20 Personen, die haben sie rassistisch beleidigt, angegriffen. Ein absoluter Polizeiskandal hat gerade ganz Deutschland gespaltet. Es geht um die Kinder, die Mädchen, 8 Jahre und 10 Jahre und jetzt gab es eine 180-Grad-Drehung. Hat uns da die Tagesschau etwa nicht die ganze Wahrheit erzählt? Hat sich die Polizei vielleicht wieder mal richtig schön vorverurteilend gegeben? Und vor allen Dingen, was ist jetzt ans Tageslicht gekommen? Diese Posts hier, die mussten wir tatsächlich alle ertragen. Was ist denn jetzt mit den AfD-Wählern? Wo bleibt der Aufschrei? Immer nur, wenn es in eure Narrative passt, dann wird drüber berichtet und sonst nicht. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, warum das hier im Nachgang der peinlichste Tweet ist, den wir dazu gesehen haben und die Lage sich nämlich dramatisiert hat. Es ist nämlich ein Video aufgetaucht, das wir uns hier auch ebenfalls ansehen. Jetzt mal ganz ehrlich, den Vorfall, hast du davon mitbekommen, ja oder nein? Und vor allen Dingen jetzt mal ganz ehrlich, den AfD-Wählern jetzt zu unterstellen, dass sie dafür verantwortlich sind, ist doch das Allerletzte. Und auf der anderen Seite, was jetzt rausgekommen ist, ich glaube, da platzt dir wirklich die Hutschnur, weil es ist wirklich schlimmer, als du es dir vorstellen kannst. Also es ist noch perverser, sage ich jetzt schon, als Mannheim kann man sagen, zumindest von der Berichterstattung. Gott sei Dank ist keiner ums Leben gekommen, das muss man hier immer wieder dazu sagen. Und trotzdem kann mir bitte jemand mal erklären, warum ist das überall rauf und runter gelaufen, obwohl eigentlich keiner ums Leben gekommen ist. Aber über Mannheim, da hat man eigentlich sehr, sehr dezent nur berichtet. Also finde den Fehler, was ist hier eigentlich los in Deutschland? Und jetzt mal ganz ehrlich, überlegst du auszuwandern, ja oder nein? Weil das sind hier diese Situationen, wo ich mir immer wieder denke, irgendwas passt hier ganz gewaltig nicht. So und jetzt kommen wir direkt zur Blitzmeldung. Wie immer Teile dieses Video verbreite ist, kläre jetzt die Mitmenschen auf, was hier eigentlich wirklich passiert. Weil wir werden uns gleich auch ansehen, was die Tagesschau über Gräfesmühlen zu sagen hat. Und ich beschreibe das Ganze einfach mal so. Es gab hier anscheinend eine Auseinandersetzung. Und die Bild-Zeitung hat hier auch ganz klar in einem Bezahlartikel, muss man dazu sagen, frecherweise darüber berichtet. Es dürfte viele Zeugen geben, aber man duckt sich weg. 20 Jugendliche verprügeln Mädchen, 8 und 10 aus Ghana. Das war die Headline. Damit hat man doch wieder alle, die von rechts kommen, in einen Sack gestülpt und hat sie im Endeffekt vorverurteilt. Es gab natürlich auch wieder in den Mainstream-Medien ganz viele, die sofort natürlich von rechter Gewalt gesprochen haben. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr interessant. Wenn wir immer wieder solche Fälle in Mannheim sehen, dann wird eigentlich immer nur von einem psychisch kranken Täter gesprochen. Ja, wir wissen nicht, ob er Migrationshintergrund haben könnte. Die Nationalität wird weggelassen. Das heißt, es wird eigentlich alles getan, um diesen Täter irgendwie zu decken oder zu schützen. So kommt es einem zumindest vor, jetzt mal ganz ehrlich, wenn eben bei einem deutschen Täter die Nationalität auf einmal genannt wird, aber bei einem afghanischen Täter anscheinend nicht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, und das wird richtig heftig, was da für eine Wendung kam. Vorher aber noch ein ganz wichtiges Detail, das wissen die wenigsten. Der Öffentlich-Rechtliche hat die Aufgabe, und ich bin mal gespannt, schaust du den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt noch? Schreib es gerne in die Kommentare. Die Nationalität und eben auch die Eigenschaften des Täters ganz klar zu titulieren, wenn es dem öffentlichen Interesse dient. Und da frage ich mich, warum wird bei einem deutschen Mann eben oder einer deutschen Frau immer wieder gesagt, ja, das kommt aus Deutschland, das ist ungeziefer, so nach dem Motto. Und warum kommt es bei einem Migrationshintergrundfall eben nicht vor? Was ist da bitte schön eigentlich falsch gelaufen? Man könnte jetzt böse sein, ja Moment, natürlich muss man die Nationalität immer wieder dazu sagen, weil dann weiß man, wie viel eben mit Migrationshintergrund das machen. Und dann stellt sich ja wenige Tage, Wochen meistens später eben raus, oh, der Asylantrag, der wurde ja abgelehnt, das ist ja eine illegale Aufenthaltssituation. Und das kam ja auch in Mannheim raus, das ist kein Scherz. Man hat die Leute dort reingelassen, hat nicht darauf geachtet und macht mal beide Augen zu. Der deutsche Pass wird gefühlt jedem hinterhergeworfen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das findest du hier auch auf dem Kanal. Also gerne mal ein Abo dalassen, wenn du da weitere Informationen haben willst. So, und jetzt kommt eigentlich das Krasse, das musst du dir mal vorstellen. Wie hat die Tagesschau darüber berichtet und was kam jetzt Unglaubliches ans Tageslicht? Und du siehst es hier schon, hier ist auch das Video, da schauen wir auch nochmal kurz rein. Ich bin nochmal gespannt auf deine Meinung. ...etwa 20 Personen, die haben sie rassistisch beleidigt, angegriffen, nicht nur verbal, auch körperlich. Dem achtjährigen Mädchen wurde ins Gesicht getreten. Dann kam der Vater dazu, der hat sich wahrscheinlich einen Finger gebrochen, weil er jemanden aufhalten wollte. Und dann sind die Täter, die mutmaßlichen Rassisten entkommen. Also das musst du dir mal vorstellen. Als erstes, ich weiß jetzt nicht, wie man jemanden aufhalten kann und sich dabei die Finger bricht. Aber ganz ehrlich, ich bin immer friedvoll, ohne Gewalt, immer gegen Gewalt eingestellt. Und das ist natürlich komplett zu verurteilen, wenn das denn so gewesen sein soll. Und gleich kommen wir nämlich zu der Wendung, die wirklich an Perversion nicht mehr zu überbieten ist. Und da frage ich mich, was ist denn eigentlich mit den grünen und vor allen Dingen roten Medien falsch gelaufen? In Mannheim ist halt wirklich das passiert, was sie berichtet haben, die alternativen Medien. Und hier kommt es gleich zu einem sehr krassen Wendepunkt. Aber vorher, natürlich waren es mutmaßliche Rassisten, ist ja ganz klar. Also hier wird auf einmal vorverurteilt. Aber wie habt ihr es nochmal in Mannheim gemacht? Da habt ihr doch gesagt, ja, vermutlich ist er psychisch krank und ja, man kann jetzt hier nicht von einer politischen Angriffssituation sprechen. Also jetzt mal ganz ehrlich, deine Meinung dazu würde mich echt interessieren, was du von der Tagesschau hältst. Also das ist für mich persönlich so ein doppelter Standard, der hier an den Tag gelegt wird. Und wisst ihr, was jetzt das Krasse ist? Und deswegen verbreite dieses Video, teile jetzt deine Mitmenschen auf. Das war gar nicht so. Richtig, jetzt nach ein paar Stunden ist nämlich dieses Video aufgekommen. Und jetzt kommt es. Achtjähriges Mädchen aus Gräfesmühlen wurde offenbar nicht ins Gesicht getreten. Oha, was ist denn da los? Denn es haben tatsächlich ein paar Spitzbuben und ein großes Lob an die Spitzbuben haben das Ganze gefilmt. Diese racistische Tat. Und was daraus gekommen ist, das ist tatsächlich unfassbar. Es gab nämlich jetzt tatsächlich neue Informationen. Und hier ist jetzt tatsächlich auch einiges passiert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderten Tathandlungen hindeuten. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, die Mädchen solle unter anderem ins Gesicht getreten worden sein. Kann mir bitte jemand erklären, wenn die Polizei eigentlich sich nicht sicher ist und Ermittlungen anstrebt, warum können die dann einfach sagen, dass das der Fall ist? Also das wurde so als Aussage anscheinend von der Polizei getätigt. Da frage ich mich, wie kann das sein? Ihr habt hier einfach vorverurteilt. Und dementsprechend bei allen anderen Taten, wo immer der Täter mit Migrationshintergrund auftritt, da hat man das Gefühl, da, ja, wir dürfen uns dazu nicht äußern, weil das ist ja ein laufendes Verfahren. Wir müssen jetzt eruieren. Also ganz ehrlich, das ist wirklich krass, was hier passiert. Ihr habt das doch wirklich. Und da haben viele böse Kritiker auch das Ganze so aufgeschnappt, nur deswegen berichtet, weil es eben perfekt in dieses Narrativ passt, dass auf einmal jeder in Deutschland eben rechts ist, nur wegen irgendeiner dummen Aktion und dämlichen Aktionen von irgendwelchen Jugendlichen. Und nein, ich will hier nichts runterspielen. Ich war selber nicht dabei, aber ganz ehrlich, das Video, das werden wir auch im nächsten Video mal ansehen, das ist einfach nur irgendein Mobbing-Video. Es wird laut gebrüllt, anscheinend geht es den Kindern hier anscheinend auch so gut, dass sie zumindest auch noch irgendwie laufen, sich gegenseitig halten und wegrennen können. Also auch da ist die große Frage, was stimmt denn jetzt? Also ich bin gespannt. Es ist eine 180-Grad-Drehung hier passiert. Teil dieses Video auf jeden Fall weiter und deine Meinung dazu mal gerne in die Kommentare schreiben.